In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Daniel kommen wir heute zu Kapitel 6. Haben alle ein Skript bekommen, Hand hoch, wie er keins hat. Da vorne gibt es noch welche. Gleich zu Beginn habe ich die Grobstruktur des Buches noch einmal aufgeführt. Und wir sehen, das Buch Daniel besteht ganz klar und offensichtlich aus zehn Teilen. Jeder Teil ist in sich klar abgeschlossen. Das geht schön den Kapiteln nach, bis Kapitel 9. Und schließlich die Kapitel 10 bis 12, die bilden eine in sich geschlossene Einheit. Und nun ist es so, dass wir diese zehn Teile ganz klar in zwei Blöcke aufteilen können. Nämlich die Kapitel 1 bis 5 und die Kapitel 6 bis 12. So gibt es schön zwei parallele Fünferblöcke. Oft hört man, das Buch Daniel sei aufgeteilt in einen historischen Teil und einen prophetischen Teil. Aber es geht nicht auf. Man sagt dann, die ersten sechs Kapitel, das sei der historische, der geschichtliche Teil. Aber gerade in Kapitel 2 haben wir sehr, sehr viel Prophetie gehabt. Und weiter sagt man, ja, ab Kapitel 7 bis zum Schluss, das sei der prophetische Teil. Aber das stimmt auch nicht. Denn in Kapitel 9 haben wir sehr viel Historisches. Aber diese Einteilung, die geht wirklich auf. Diese zwei Fünferblöcke. Und es ist weiter noch so, dass der erste Teil in Römisch 1, also Kapitel 1, spiegelt sich inhaltlich mit dem ersten Teil von Römisch 2. Nicht wahr? In Kapitel 1 haben wir Daniels Ausbildung in Babylon. Und da geht es darum, dass er gezwungen wird, Unreines zu essen. Und dann in Kapitel 6, was also parallel steht, da finden wir Daniel in Persien. Nicht in Babylon, wie in Kapitel 1, aber jetzt Daniel in Persien. Und da wird er gezwungen, nicht zu beten. Ja? Und wir sehen dann in beiden Fällen, wie Daniel überwunden hat, in Kapitel 1. Wie Gott ihm aus dieser Not herausgeholfen hat. Und wir sehen das auch, wie das geschehen ist in Kapitel 6. Es gibt noch viel mehr Parallelen zwischen diesen zwei Kapiteln. Aber nur so andeutungsweise. Und dann schauen wir in Römisch 1, Nummer 2. Der Traum vom Standbild. Da geht es um die vier Weltreiche. Von Babylon bis zum Reich Gottes. Und das geht nun parallel mit Teil 2 in Römisch 2. Das ist unser Kapitel 7, wo wir den Traum von den wilden Tieren finden. Und da geht es auch um die vier Weltreiche. Einfach aus einer anderen Perspektive. Von Babylon bis zum Reich Gottes. Eine ganz klare Parallele. Und so geht es weiter. Teil 3 spiegelt sich mit, in Römisch 1 spiegelt sich mit Teil 3 in Römisch 2. Teil 4 in Römisch 1 mit Teil 4 in Römisch 2. Und so weiter. Aber nicht nur das. Wir könnten auch nur die aramäischen Kapitel in Daniel für sich herausnehmen. Das sind die Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die spiegeln sich auch wieder. Und zwar so, dass eben Kapitel 2, ist klar, das spiegelt sich mit 7. Aber dann Kapitel 3 spiegelt sich mit Kapitel 6. Kapitel 3 spiegelt sich mit Kapitel 6? Ja, natürlich. In Kapitel 3 haben wir die drei Freunde, die sich weigern, das Götzenbild anzubeten. Und sie kommen in den Feuerofen. In Kapitel 6 haben wir Daniel, der sich weigert, nicht mehr Gott anzubeten. Und er kommt in die Löwengrube. Aber in beiden Fällen sendet Gott seinen Engel, um zu befreien. Und so geht das weiter. Kapitel 4 spiegelt sich mit Kapitel 5. Denn in Kapitel 4 haben wir den Hochmut Nebuchadnezzars gefunden. Und in Kapitel 5 finden wir den Hochmut Belsatzars. Und beide werden von Gott gedemütigt. Aber im Fall von Belsazar gab es keine Gnade mehr. Und Belsazar wird vorgeworfen, Du hast das Beispiel von deinem Vater Nebuchadnezzar gehabt und hast trotzdem dich so an dem lebendigen Gott versündigt. Und darum war sein Gericht dann definitiv. Und das Gleiche könnten wir dann machen aus den hebräischen Kapiteln. Also das sind Kapitel 1, dann 8, 9 und 10 bis 12. Und dort spiegelt sich auch wieder so. Was soll das? Ist das einfach eine Spielerei? Nein. Das hilft uns auch bei der Auslegung. Wir werden gleich heute sehen, wenn wir wissen, dass Kapitel 7 mit den vier wilden Tieren parallel steht zu Kapitel 2 mit dem Standbild und den vier verschiedenen Teilen wird uns das sehr helfen, wenn wir eben diese Parallelen sehen, um das korrekt auszulegen. Kommen wir darauf zurück. Und noch mehr. In der liberalen Theologie hat man ja versucht, das Buch Daniel unglaubwürdig zu machen. Man hat gesagt, das sei eine Fälschung aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Das sei also alles erfunden und dann hat man vielleicht schließlich dann gesagt, weil es so gute Beweise gab, dass Daniel unmöglich einfach so aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammen kann. Man hat gesagt, ja, vielleicht gewisse Teile sind noch älter. Aha. Und dann hat er einfach da gewisses älteres Material und gefälschtes Neues zusammengemischt. Ja, aber dadurch würde ja nie eine so in sich geschlossene Einheit entstehen, wo alles sich spiegelt. Ja? Und gleichzeitig sehen wir auch eine klare lineare Struktur, die sich schön von einem Kapitel zum anderen durchzieht. Nicht wahr? In Daniel 1 finden wir Daniel, der treu war und sich nicht verunreinigen wollte. Dafür hat Gott ihm Weisheit gegeben. Sogar in Traumdeutung. Dann kommt Kapitel 2. Niemand kann den Traum Nebukadnezzars deuten, als nur Daniel. Aber dann Kapitel 3 kommt nicht einfach von ungefähr. In Kapitel 3 errichtet Nebukadnezzar zu seiner Ehre ein Standbild aus Gold. Und wir sehen natürlich, die Idee hatte er von seinem Traum mit dem Standbild. Aber da war nur der Kopf aus Gold. Und Daniel hatte erklärt, das Haupt von Gold bist du, Nebukadnezzar. Und nach dir wird ein anderes Reich kommen. Aber was macht er? Er stellt sich dar als eine ganze goldene Statue, als würde nichts mehr nach ihm kommen. Und das wird in Kapitel 3 vorgestellt und wie Gott da eingreift und den Irrtum entlarvt. Und so geht das also von Kapitel zu Kapitel schön in einer linearen Struktur weiter. Man sieht, das Buch Daniel ist in sich geschlossen, eine vollkommene Einheit. Man kann nicht irgendein Kapitel rausreißen. Weil dann würde die ganze Struktur kaputt gehen. Und darum kann man auch nur, man kann niemals sagen, gewisse Teile sind älter. Man muss sagen, alles ist alt. Und nichts ist irgendwie später noch eingeschoben worden. Denn das würde die ganze Einheit ja aufbrechen lassen. Ja, das nur mal zur Struktur. Und jetzt gehen wir gleich zu Kapitel 6. Ich lese ab Vers 1. Und Darius der Meder bekam das Königreich, als er ungefähr 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius über das Königreich 120 Satrapen zu bestellen, die im ganzen Königreich sein sollten. Und über diese drei Vorsteher, von welchen Daniel einer war. Damit jene Satrapen ihnen Rechenschaft geben und der König keinen Schaden erlitte. Aber wie sie hier. Wir haben also im Kapitel letztes Mal gesehen, die letzte Party von Belsatza in Babylon. Aber noch in dieser Nacht wurde das Babylonische Reich durch die Meder und Perser erobert. und dadurch wurde erfüllt, wie Daniel prophetisch die Schrift an der Wand gedeutet hatte. Ich lese nochmals aus Kapitel 5, 26. Dies ist die Deutung der Sache. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Noch in der selben Nacht. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und so leicht erfunden worden. Peres, ein Wort, das Teilung bedeutet und zugleich an das Wort Perser anklingt. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. In dieser Nacht wurde Babylon erobert und zwar hatten die Medo-Perser bereits ein Abkommen mit den Priestern von Babylon. Die öffneten die Tore und die erstaunlichen Genietruppen von Kyrus, König von Persien, die hatten den Euphratlauf umgelenkt, sodass sie unter den Stadtmauern von Babylon, die als uneinnehmbar galten, im Flussbett vorschreiten konnten. Durch einen Schwertstreich wurde schließlich Belsazar beseitigt, Babylon wurde nicht zerstört. Die Medo-Perser haben ziemlich den ganzen Beamtenapparat von Babylon einfach so Delgel, so wie er war, übernommen. Und darum stimmt das genau überein mit dem, was wir hier in Daniel 6 lesen, dass Daniel, der eine wichtige Position hatte früher im Babylonischen Reich, nun auch wieder eingesetzt wird als hoher Beamter im Medo-Persischen Reich. Nun, hier steht aber nichts von Kyrus, sondern Vers 1 sagt Darius der Meder. ihn darf man auch ja nicht verwechseln mit dem König Darius von Persien, der später in der biblischen Geschichte erwähnt wird im Buch Ezra und dann auch in Zacharia Hagai. Es ist nicht Darius der Perser, sondern Darius der Meder. Das Interessante ist, man hat ja im 19. Jahrhundert, als die Bibelkritik in der liberalen Theologie aufkam, hat man gesagt, Belsatza hat es nie gegeben. Das sei eine Erfindung eines Bibelschreibers. Und genau im 19. Jahrhundert um 1854 wurden Keilschrifttafen in Babylon entdeckt. Als man sie entziffert hatte, waren das originale Tafeln aus Babylon, die Belsatza als letzten Regent in Babylon erwähnten. Damit war die Bibelkritik vom Tisch gewischt. Und sogar der Spieß gedreht, denn in der Geschichte von Belsatza, das haben wir letztes Mal gesehen, fragt man sich, warum hat eigentlich Belsatza Daniel versprochen, wenn er die Schrift an der Wand deuten könne? Dann werde er der Dritte im Königreich. 5 Vers 29 am Schluss und man rief über ihn aus, dass er der Dritte Herrscher im Königreich sein solle. Ja, aber wenn schon, Platz 2, nicht wahr? Aber diese Tafeln aus Babylon machten klar, der eigentliche König von Babylon damals war Nabonid. Belsatza als Vater. Er war nicht so politisch interessiert. Zog sich zurück in die arabische Wüste und setzte seinen Sohn mit königlichen Zeichen ein als Vertreter in Babylon. Also Belsatza hatte den Platz 2 und darum blieb für Daniel nur 3. Aber die liberalen Forscher bis dahin wussten nichts von dieser Konstellation in Babylon. Jetzt dreht sich der Spieß, aber der Schreiber des Buches Daniel weiß diese Details so genau, das zeigt eben, dass das ein authentischer Schreiber war, der ganz genau die Situation von Babylon im 6. Jahrhundert kannte. Und nun hat die Bibelkritik, die gibt nie auf. Ja, da hat man gesagt, ja, Darius der Meder, den hat es gar nie gegeben. Und das Problem war, man hatte Keilschrifttafeln gefunden und da wird ein Herrscher in Babylon, zur Zeit der Perser erwähnt, der in gewissen Hinsichten eigentlich gut gepasst hätte auf Darius den Meder. Aber dann auch wieder einige Dinge, die passen überhaupt nicht. Da muss man ein bisschen warten, bis ein weiterer Gelehrter festgestellt hatte, oh, man hat einen Fehler gemacht bei der Übersetzung dieser Keilschrifttafeln. Man hat zwei Personen miteinander vermischt. Man muss nämlich unterscheiden zwischen einem Gubaru, Stadthalter von Babylon, und einem Ukbaru. Und wenn man Gubaru und Ukbaru nicht unterscheidet, ja, dann passt es natürlich nicht. Aber wenn man jetzt in einer korrigierten Übersetzung klar macht, das ist Gubaru, das ist Ukbaru, dann wird klar, Gubaru passt genau auf Darius den Meder. Der Erste, der das so ganz klar ans Licht gebracht hatte, das war John C. Whitcomb. In seinem Buch Darius der Mede. Darius der Meder ist auch übersetzt worden auf Deutsch und also man staunt wie der Mann mit einer Scharfsichtigkeit, einer Klarheit des Denkens, das so klar gemacht hatte und da war wieder klar. Die ganze Bibelkritik war über den Haufen geworfen und die Bibel hat sich als richtig erwiesen. Übrigens dieser John C. Whitcomb kennt man vielleicht eher aus einem anderen Zusammenhang. Er hatte zusammen mit Henry Morris das Buch The Genesis Flood später übersetzt Die Sintflut herausgegeben. Das war eines der ersten kreationistischen Bücher und zwar geschrieben so etwa Ende der 50er Jahre anfangs der 60er Jahre und das war eines der Bücher das wirklich einen ganz wesentlichen Durchbruch gebracht hatte in der Schöpfungsforschung und im Kampf gegen die Evolutionslehre und da war also dieser John Whitcomb ein wichtiger Vorkämpfer auf diesem Gebiet Seither hat man sehr viele Fortschritte gemacht und nicht alles in diesem Buch kann man heute noch so halten aber das war ein Pionierwerk und vieles ich konsultiere das heute noch vieles ist ganz fantastisch in dem Buch übrigens da haben sie auch schon erwähnt als Amerikaner wie interessant das Matterhorn ist und zwar ist es beim Matterhorn so dass wenn man die Schichten analysiert aufgrund der Fossilien was man ja in der Evolutionslehre normalerweise tut aufgrund der Fossilien entscheidet man wie alt eine Schicht ist sind zum Beispiel nur sogenannt primitivere Fossilien drin oder sogenannten ältere Leitfossilien dann wird eine Schicht als alt datiert sind höher entwickelte sogenannt höher entwickelte Tiere drin dann ist es eine jüngere Schicht nicht wahr nun beim Matterhorn ist es so dass der Untergrund dieses Viertausenders jünger sein muss aufgrund der Fossilen als der Berg selbst natürlich das kann man in manchen Fällen kann man diese umgekehrte Reihenfolge erklären durch Überschiebung wenn Schichten überschoben werden dann kommen schließlich ältere eben über jüngere Schichten zu liegen so ist es auch in den USA gibt es dieses riesige Gebiet der sogenannten Lewis Overthrust ein riesiges Gebiet der Rocky Mountains wo die Schichten völlig verkehrt sind und das wollte man eben erklären mit einer Überschiebung darum nennt man es Overthrust das heißt Überschiebung aber das ist über so viele unzählige Quadratkilometer hinweg und es gibt keine Spuren von bei Überschiebung gibt es typische Zerstörungsspuren die sind nicht da das funktioniert eben nicht und jetzt wie will man sich das erklären dass also das Matterhorn viel später über die Schichten rüber geschoben worden sei so viel Glauben habe ich nicht ja also das nur zu John C. Wittkamp Darius der Meder jetzt kommen wir zu den Versen 2 und 3 also dieser Darius war ein Unterkönig der Oberkönig über das ganze Medo-Persische Reich war Kyrus aber der Unterkönig über die Provinz Babylonien war Darius der Meder und da ist es noch interessant zu wissen das das Babylonische Reich war ja viel kleiner als das Persische Reich das sich schließlich ausdehnen konnte von Teilen Afrikas von Ägypten bis über den Indus hinaus nach damals Indien heute Pakistan und die das Gebiet von Babylonien das Kerngebiet des Babylonischen Weltreiches das bekam Darius als seine Provinz über die er regierte noch etwas Interessantes so nebenbei die Kurden heute sind ja stolz zu wissen dass sie Nachkommen sind der alten Meder und es ist gut zu wissen was man mit Kurden zu tun hat dass man sie auch fragt ob sie wissen was die Bibel über die Kurden sagt und das wieder ein ganzes Kapitel haben im Buch Daniel das über Darius den Meder spricht und so kann man einen Zugang bekommen es gibt noch mehr Stellen über die Meder zum Beispiel auch die Prophetie von Jeremia 50 51 Jesaja 13 14 über die Endzeit von Babylonien da werden die Meder auch erwähnt und ihre Kampflust wird dort auch erwähnt und so kann man einen Zugang machen ich habe das mal erlebt wir hatten eine Nachbarin eine Kurdin sehr politisch motiviert und wenn man über das Evangelium sprechen wollte es war also schwierig kein Interesse und dann wir wollten ihr auch schon eben Literatur geben wollte nichts annehmen und dann hatte ich ein Buch damals mit dem Titel Israel und das Schicksal des Irak und dann sagte ich da geht es um die Kurden in der Bibel auch die Meder dann ah die Mädler ja ja wir sind Mädler und dann sieht man leuchtende kurden Augen und das Buch nahm sie dann an man muss wissen wo steht schon im Koran etwas über die Kurden aber man muss ihnen sagen aber in der Bibel da kommt ihr vor also so kann man auch über Darius den Meder eine Brücke schlagen für die Kurden Mission ja und dann haben wir gelesen in den Versen 2 und 3 die Eroberung Babylons war also nur eine Art Umsturz Babylonen wurden nicht verwüstet die Perser übernahmen im Wesentlichen die Beamten Babylons habe ich gesagt und setzten sie neu ein und das ist wichtig zu wissen damals erfüllten sich die Worte aus Jesaja 13 14 und Jeremia 50 51 über Babylonien nicht aber in vielen Kommentaren konnte man lesen diese Besiegung Babylons die in diesen Kapiteln beschrieben wird das hätte sich damals erfüllt als die Medo Perser Babylon verwüsteten was verwüsteten haben sie gar nicht gemacht und es waren relativ wenige Kriege die zum Sieg geführt hatten aber was wir in Jesaja 13 14 Jeremia 50 51 lesen das ist etwas ganz anderes und in diesen prophetischen Kapiteln geht es tatsächlich um die Endzeit Babylonien sprich Irak in der Endzeit und in diesen Kapiteln wird gesagt die Juden sollen aus Babylonien fliehen bevor das Gericht über Babylonien käme aber damals war es ja anders die Medo-Perser hatten Babylon erobert und darauf hat Chores den Juden im Babylonischen Reich in der Babylonischen Gefangenschaft offiziell die Erlaubnis gegeben ihr dürft alle heimkehren hat auch gestohlene Tempelschätze herausgegeben Israel 1 den Juden gegeben sie sollten zurückkehren und den Tempel in Jerusalem wieder bauen also keine Flucht sondern ein Auszug mit erhobenem Haupt und dieser Auszug fand statt nach dem Gericht Gottes über Babylon das aber keine Verwüstung war aber in diesem Endzeit Kapitel da heißt es die Juden sollen fliehen und zwar bevor das Gericht Gottes über das Land kommt und so war es eben in der Endzeit die Zeit wenn die Juden aus der weltweiten Zerstreuung wieder heimkehren ins Land der Väter die praktisch die gesamte Judenheit im Irak ist im 20. Jahrhundert geflohen und zu einer gewissen Zeit durften sie sogar noch ausziehen aber auch das sagt die Prophetie von fliehen und ausziehen aber bevor das Gericht kommen sollte und dieser schreckliche Iran Irakkrieg und der Saddam Hussein mit mit Hunderttausenden von Toten das kam erst da kam kam nachdem die Juden fliehen konnten und ausziehen konnten und auch der erste Golfkrieg und auch der zweite das kam alles nachher also so müssen wir die historischen Fakten vor Augen halten und dann können wir auch die Prophetie besser verstehen und einordnen jetzt lese ich weiter in Vers 4 da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Zertrappen weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war und der König gedachte ihn über das ganze Königreich zu bestellen da suchten die Vorsteher und die Zertrappen einen Anklagegrund gegen Daniel von Seiten der Verwaltung zu finden aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde also wir sehen hier Daniels enorme Begabung die ein Geschenk Gottes war kombiniert mit großer Treue Gott gegenüber und das löst ein Problem aus Eifersucht aber was hätte Daniel tun sollen hätte er einfach seine Begabung verstecken sollen damit die nicht eifersüchtig werden nein er hat seine Begabung im Dienst für den Herrn eingesetzt und auch da in dieser Arbeit wollte er das für den Herrn einsetzen und es war für ihn klar in all diesen Aufgaben die mir gestellt werden will ich treu sein und so ist das ein wunderbares Beispiel auch für Christen im Betrieb ich kannte einen ganz einfachen Arbeiter der bei Rita gearbeitet hatte damals in Schlieren und von ihm konnte man wissen der Chef kontrolliert seine Teilchen nicht mehr weil er weiß wenn der Vito das gemacht hatte dann war das so eh in Ordnung so zuverlässig dass auch die Vorgesetzten eben darauf zählen konnten und so war das bei Daniel aber es löst Eifersucht aus und mit diesem Problem haben wir auch zu tun ich lese weiter ab Vers 6 da sprachen diese Männer wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden es sei denn dass wir in dem Gesetz seines Gottes einen gegen ihn finden dann ließen diese Vorsteher und Satrapen eilig liefen diese Vorsteher und Satrapen eilig zu dem König und sprachen zu ihm also König Darius lebe ewiglich alle Vorsteher des Königreichs die Stadthalter und Satrapen die Räte und Landpfleger sind Rats geworden dass der König eine Verordnung aufstelle und ein Verbot erlasse dass ein jeder der binnen 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet außer von dir o König in die Löwengrube geworfen werden soll nun o König erlass das Verbot und lass eine Schrift aufzeichnen die nach dem Gesetz der Meder und Perser welche welches unwiderruflich ist nicht abgeändert werden darf deshalb deshalb ließ der König Darius die Schrift und das Verbot aufzeichnen hier finden wir Politik im Widerstreit mit der Bibel also es war für sie klar Daniel kann man einfach nichts vorwerfen aber wir müssen ihn kriminalisieren und zwar durch sein Glauben dass es irgendwie mit seinem Glauben zusammenhängt und das ist eine sehr aktuelle Sache denn das wird insbesondere heute gemacht durch linke Politik die linke Politik versucht eine Gerechtigkeit aufzubauen die aber gegen Gottes Gerechtigkeit ist das erinnert mich so an Römer 10 ist vielleicht überraschend dieser Zusammenhang können wir kurz aufschlagen Römer 10 da spricht der Apostel Paulus über das orthodoxe Judentum in dem der Herr Jesus aber als Messias keinen Platz hatte in Römer 10 Vers 2 lese ich schon denn ich gebe ihnen den orthodoxen Juden Zeugnis dass sie Eifer für Gott haben aber nicht nach Erkenntnis denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen also man hat im orthodoxen Judentum nicht einsehen wollen dass das Gesetz eigentlich uns Menschen verurteilt und beweist dass wir Sünder sind und einen Erlöser brauchen sondern man hat durch die Auslegung das versucht so zu ändern dass man in äußerer Art und Weise scheinbar das Gesetz doch erfüllen könnte und damit haben sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgebaut die aber im Widerstreit war zu Gottes Gerechtigkeit und so sehen wir gerade in der linken Ideologie und Politik sehen wir den Versuch eine gerechte Welt aufzubauen in der aber Gottes Gerechtigkeit keinen Platz hat denn in dieser Welt sagt man das Endziel ist eine Gesellschaft in der es keine sozialen Unterschiede mehr gibt alle sind sich gleich und alles ist gleich verteilt und so haben Ideologen auch schon gesagt Eigentum ist Diebstahl und sie haben damit eine eigene Gerechtigkeit aufgebaut alle sollen gleich viel haben alles soll gleich gerecht verteilt werden aber die Bibel schützt das Privateigentum schon in den zehn Geboten du sollst nicht stehlen aber wenn der Staat seine Bürger enteignet wird der Staat zum Dieb er darf Steuern nehmen das sagt uns Römer 13 ganz klar aber er darf nicht das Eigentum auflösen und indem man also diese eigene Gerechtigkeit aufbauen wollte in der linken Ideologie hat man sich ganz klar gegen Gottes Gebote und Gerechtigkeit gewendet und dann sehen wir gerade in der sogenannten politischen Korrektheit da werden Regeln aufgebaut man darf nur so sprechen und wenn man nicht so spricht dann ist man von der rechten Seite und dann ist man automatisch von den ungerechten und so werden Gesetze aufgebaut man darf sich nicht mehr gegen Homosexualität äußern ja denn jemand der dagegen spricht das ist einer der Minderheiten hasst und unterdrückt und so baut man eine Gerechtigkeit auf die aber nicht der Gerechtigkeit Gottes entspricht und so werden immer mehr Gesetze auch aufgebaut auch in unserem Staat und auch in der EU und das wird auch sogar von der UNO her solche Dinge weltweit gefördert die 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 Christen kriminalisieren denn wenn sie Dinge aufgrund der Bibel als Sünde bezeichnen oh dann werden sie zu übertretern das darf man gar nicht und dann werden werden auch Gesetze aufgebaut wie soll man Kinder erziehen ja und da werden Gesetze aufgebaut ja Kinder zu zu blau zu schlagen das ist ein Unrecht ja natürlich das wussten wir schon immer aber da wird eben gar nicht mehr unterschieden zwischen einer Züchtigung die bei der das Kind geliebt und gefördert wird und eben Missbrauch der Züchtigung das wird beides in den gleichen Korb gelegt und wird eben als Kindsmissbrauch betitelt und damit werden Christen die ihre Kinder so erziehen wie das auch früher gemacht worden ist eben nicht die Kinder verschlagen sondern in den Fällen wo auch eine körperliche Züchtigung als angebracht gesehen wurde das einsetzen so wie das Buch der Sprüche das lehrt werden sie kriminalisiert und die Auswirkungen haben wir in Deutschland bereits gesehen dass da jemand einen Vortrag über Kindererziehung gehalten hatte aufgrund der biblischen Lehre dann wurde er angezeigt notabene von Lincoln und da haben wir also dieses Problem schon längst in der Bibel wenn man eben nichts Unrechtes findet das objektiv Unrecht ist dann ändert man das Gesetz so dass man jemanden kriminalisieren kann der eigentlich nicht schuldig ist so ist das hier bei Daniel der Fall und sie schmeicheln dem König und sagen schau mal 30 Tage darf man nur von dir etwas verlangen und so schmeicheln sie sich bei ihm ein und er fällt in seiner Torheit darauf herein sie lügen sie stellen das dar dass alle Politiker da in der babylonischen Provinz die gleiche Meinung hätten aber sie hätten sagen sollen also wir haben da alle diese Ansicht eine ganze Gruppe von Leuten aber Daniel einer der obersten drei der sieht das natürlich schon ganz anders haben sie nicht gesagt sie haben ihn betrogen und sie wussten im Perser Reich ist das so Könige sind nicht absolut ich war in den ersten fünf Kapiteln von Daniel haben wir gesehen ein Nebuchadnezzar das war ein absoluter Herrscher der konnte etwas befehlen der hätte das wieder jederzeit in jeder Laune wieder zurücknehmen können absolut herrschte ihr aber im Persischen Reich war das so wenn ein König ein Gesetz erlassen hatte war er selber auch unter Gesetz konnte das nicht mehr rückgängig machen das ist ja das Problem im Buch Esther dass er auch die Perser Zeit beschreibt übrigens etwas später als die Zeit von Darius der Meder ein paar Jahrzehnte später da war der Perser König Xerxes an der Macht und da hatte auch wieder ein hoher Minister den König überzeugt es ein komisches Volk in unserem Reich wir haben ein ganz Xerxes Ahasveros genannt in der Bibel geht darauf ein und es wird ein bestimmter Tag festgesetzt da sollen alle Juden umgebracht werden aber dieser törichte Ahasveros Xerxes wusste nicht einmal dass die Königin die Frau die er geheiratet hatte Esther eine Jüdin war und schließlich durch wunderbare Wege kommt es dazu dass Esther den König überzeugen kann dass das eine falsche Sache war die beschlossene Judenvernichtung und nun konnte Ahasveros das Gesetz nicht mehr zurück rückgängig machen was war zu tun was er konnte war natürlich ein Gegengesetz aufzustellen ein neues Gesetz und dann waren beide wirksam und das neue Gesetz sagte an diesem Tag an dem alle Juden vernichtet werden sollen dürfen sich Juden wehren also das wäre dann nicht einfach nicht autorisierte Gegengewalt sondern der Staat erlaubt ihnen sie dürfen sich wehren und so wurde die Judenvernichtung eben gewendet aber das ist dieses Problem hier und jetzt versteht man auch wenn wir noch zurückblenden wir haben doch in Kapitel 2 von dem Buch Daniel diese Statue gesehen die vier Weltreiche das erste Weltreich ist Babylonien das Haupt aus Gold und danach kam Brust und Arme aus Silber das nächste Reich das Medo Persische Reich und warum aus Silber Silber hat weniger Wert und der Glanz dieses Reiches war eben nicht zu vergleichen mit Babylon die Könige waren selber unter Gesetz gestellt aber zwei Arme das weist hin auf die zwei Völker die dieses Reich ausmachten die Perser und die Meder ja jetzt gehen wir weiter zu Vers 9 obwohl der Text ausdrücklich von dem Gesetz der Perser und Meder spricht da sagen diese hohen Politiker die nach dem Gesetz der Meder und Perser unwiderruflich ist wurde in der liberalen Theologie behauptet das Buch Daniel spreche irrtümlich von einem unabhängigen medischen Reich das vor dem Perser Reich existiert habe muss die Geschichte ein bisschen aufrollen bekannt dafür wurde Professor Baumgartner seinerzeit Professor an der Uni Zürich für Theologie er hat gesagt also das Buch Daniel mit den vier Weltreichen das ist so Daniel meint das Buch Daniel meint zuerst war das Babylonische Reich dann kam das Medische Reich das Perser Reich und das vierte Reich das war dann das griechische Reich wie kam er auf die Idee ja er ging davon aus das Buch Daniel sei eine Fälschung aus der Makabäer Zeit zweites Jahrhundert vor Christus aber das war natürlich eine Zeit noch bevor das römische Reich Weltmacht Nummer eins geworden war die Römer sind ja erst im Jahr 63 nach Israel einmarschiert unter Pompejus und so richtig Nummer eins in der Weltgeschichte wurde Rom mit der Schlacht von Aktium 40 vor Christus nun wäre es ein Problem wenn man davon ausgeht die vier Weltreiche bei Daniel sind Babylon Medo Persien Griechenland und das vierte Reich Rom das wäre ja echte Prophetie und weil es echte Prophetie nicht gäbe das wäre ja übernatürlich kann das nicht sein also hat man dem Buch Daniel unterschoben das Buch Daniel würde quasi von einem unabhängigen medischen Reich vor dem Perser Reich sprechen aber man muss ja nur einfach als einfache Bibelleser lesen was da steht da wird gesprochen vom Gesetz der Meder und Perser und schon in Kapitel 5 haben wir doch gelesen Daniel sagt bei der Deutung des Wortes Peres 5 Vers 28 Peres dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben aber sieht man das ist eine Illustration von 1. Korinther 1 Vers 18 denn das Wort vom Kreuz ist denen die verloren gehen Torheit uns aber die wir errettet werden ist es Gottes Kraft und 1. Korinther 2 Vers 14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an was des Geistes Gottes ist denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen weil es geistlich beurteilt wird so und da kann man Theologie studieren wie man will man kann die Bibel einfach nicht richtig verstehen aber es ist eindrücklich gebildete Leute wo jeder so auf der Straße sagen würde der Theologie Professor der muss es doch wissen ach woher gerade das Buch Daniel zeigt Gott gibt Weisheit dem der treu ist Daniel 1 Vers 8 Daniel nahm sich in seinem Herzen vor sich nicht zu verunreinigen und dann heißt es dass Gott ihm Weisheit gegeben hat so geht das durch Treue und Nachfolge bekommt man Licht und Weisheit von Gott ja jetzt gehen wir weiter in Vers 11 und als Daniel erfuhr dass die Schrift aufgezeichnet war ging er in sein Haus und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster gegen Jerusalem hin und dreimal des Tages kniete er auf seine Knie und betete und lobt Ries vor seinem Gott wie er vor dem getan hatte es fällt auf kaum ließ Daniel von dem Verbot zu beten geht er gerade zum beten also Daniel lebte nach dem Grundsatz von Römer 13 Vers 1 und folgende gehorsam gegenüber der Obrigkeit und das hat zu allen Zeiten gegolten die Christen waren nie staatsgefährdend sondern sie haben sich klar sie haben klar die Lehre von Römer 13 gehabt ich lese vor jede Seele unterwerfe sich den oberigkeitlichen Gewalten es ist interessant dass hier steht jede Seele und nicht jeder Mensch oder jeder Christ oder jeder Gläubige oder jeder Bruder jede Schwester jede Seele die Seele ist der Sitz unserer Persönlichkeit und der Bibel stark auch mit unseren Emotionen und Gefühlen verbunden wie gesagt jede Seele unterwerfe sich der oberigkeitlichen Gewalten also das heißt nicht einfach gehorchen und inwendig doch die Faust gegen den Staat machen sondern eine Bereitwilligkeit oberigkeitliche Verordnungen zu akzeptieren jetzt geht es weiter denn es ist keine Oberigkeit außer von Gott und diese welche sind sind von Gott verordnet es ist Gottes Plan dass es Obrigkeiten gibt dass es den Staat gibt der für Ordnung sorgen muss Vers 2 wer sich daher der Obrigkeit widersetzt widersteht der Anordnung Gottes die aber widerstehen werden ein Urteil über sich bringen also es geht nicht dass wir dass wir uns gegen den Staat erheben und wir werden ein Problem bekommen wenn wir wenn wir gegen den Staat agieren im Untergrund ist klar aber hier wird ganz klar gesagt das ist ein Urteil ein Gericht das man über sich bringt denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk sondern für das Böse das ist interessant obwohl die Geschichte voll ist von ungerechten Regimes trotzdem sehen wir dass im allgemeinen Regime das Gute im Sozialen im Umgang unter den Menschen schützen und und doch Böses bestrafen aber wir sehen dass sie dann gewiss als ungerechtes Regime gewisse böse Dinge nicht mehr bestrafen und diese fördern aber es ist nicht das Normale hier wird der Normalfall beschrieben nun lese ich weiter willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten so übe das Gute und du wirst Lob von ihr haben und es ist so wenn wir in einem Staat das Gute fördern und uns in dem Sinn auch in der Gesellschaft einbringen das wird uns ein gutes Echo bringen normalerweise von der Obrigkeit bekommt Lob denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten und tatsächlich wir erfahren wie der Staat uns schützt und auch unsere Grundrechte schützt wenn du aber das Böse übst so fürchte dich denn sie trägt das Schwert nicht umsonst hier wird dem Staat sogar die Schwertgewalt übertragen und darum sehen wir hier auch eine Grundlage zum Beispiel für eine biblische Rechtfertigung des Polizeiwesens und unsere Polizisten sind bewaffnet ein Schwert ist nicht da zum Kitzeln unter dem Arm aber wobei man auch sagen muss unsere Polizisten haben nicht den Auftrag beim Benutzen der Schusswaffe zu töten ganz interessant wie das geregelt ist das sind Ausnahmefälle herausgegeben zum Beispiel vor Jahren da in Kur war das wo einer da wild herum geschossen hat und dann kam der Befehl aber nicht an irgendwelche Polizisten das waren da ganz spezielle die bekamen den Befehl töten in diesem Fall war der Befehl da diese Person muss getötet werden aber es ist nicht das normale und natürlich haben wir hier mit dem Schwert das erwähnt wird auch eine Grundlage für eine Verteidigungsarmee denn sie ist Gottesdienerin eine Rächerin zur Strafe für den der Böses tut und natürlich wenn der Staat diese Gewalt missbraucht er wird sich einmal beziehungsweise die Personen die den Staat die Regierung ausmachen werden sich vor Gott verantworten müssen weiter darum ist es notwendig untertan zu sein nicht allein der Strafe wegen sondern auch des Gewissens wegen also wir sollen Gesetze nicht nur einhalten weil wir wissen es wird dann eine Strafe geben sondern auch in diesen Dingen wo wir ganz genau wissen da wird uns nie einer erwischen können wie können wir das mit unserem Gewissen verantworten wenn wir illegale Dinge tun auch am Internet und wenn wir auch Urheberrechte ganz klar brechen und das wird uns niemand nachweisen können wer kommt schon und wird illegal kopierte Programme also Computerprogramme nachweisen können aber das Gewissen ist da es ist eine Form von Diebstahl anders ist es natürlich mit wenn man Musik kopiert oder Ausschnitte aus Büchen kopiert oder Noten denn der Staat hat uns auch Ausnahmeparagrafen gegeben im Urheberrecht wie gesagt für den privaten Gebrauch ist das zulässig da muss man kein Gewissen haben aber bei den Computerprogrammen sind sie ganz hart der Gesetzgeber mit dem revidierten Urheberrechtsgesetz hat ganz klar gesagt Computerprogramme dort gibt es keine Kopie zum privaten Gebrauch also aber nicht nur der Strafe wegen sondern des Gewissens wegen und der Text geht weiter und sagt in Vers 6 denn dieser halb entrichtet ihr auch Steuern denn sie sind Gottes Beamte die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind gebt allen was ihnen gebührt die Steuer dem die Steuer den Zoll dem der Zoll die Ehefurcht dem die Ehefurcht die Ehre dem die Ehre gebührt seid niemandem irgendetwas schuldig als nur einander zu lieben denn wer den anderen liebt hat das Gesetz erfüllt ja also hier wie gesagt Steuern da müssen wir uns nicht fragen ob wir Steuern hinterziehen dürfen oder Steuerbetrug machen dürfen ist ja nicht dasselbe nicht wahr aber es ist beides unrecht und die Bibel sagt ganz klar wir sollen unsere Steuern bezahlen sie sagt nicht wir sollen zu viel bezahlen natürlich wir sollen alle Möglichkeiten des Gesetzes ausnutzen um den gerechten Betrag zu bezahlen ich weiß nicht jahrelang habe ich viel zu viel bezahlt und ja gut das hing auch damit zusammen dass ich als Missionar war ich eingestuft als Einzelhandelsfirma ja so wird man eingestuft wenn man keine Firma hat dann ist man eine Einzelhandelsfirma Privat und Arbeit wird gar nicht getrennt und ich habe keine Kinderzulagen gekriegt ich habe jahrelang und dann habe ich gesehen das kann man anders organisieren ich muss ich muss Arbeit und Privat trennen und das hat ganz klare Vorteile gebracht und dadurch kriege ich jetzt auch Kinderzulagen zum Beispiel also all diese Möglichkeiten die die das Gesetz uns anbietet die sollen wir ausnützen aber das was wir bezahlen müssen sollen wir bezahlen und nicht mit der Faust im Sack und auch den Zoll die Zollgebühr müssen wir auch bezahlen ja also das hat Daniel alles gemacht aber sobald dass der Staat seine Kompetenz überschritten hat dann galt für ihn schon damals der Grundsatz den wir in Apostelgeschichte 4 Vers 19 so schön beschrieben finden ich lese 4 Vers 19 da sagt da geht es um Petrus und Johannes vor dem obersten Gerichtshof Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen ob es vor Gott recht ist auf euch mehr zu hören als auf Gott urteilt ihr denn es ist uns unmöglich von dem was wir gesehen und gehört haben nicht zu reden also der Staat hier der oberste Gerichtshof der Sanhedrin hat Missionsarbeit verboten ja und da sagt Johannes und Petrus ob es recht ist auf euch mehr zu hören als auf Gott diese rhetorische Frage muss beantwortet werden natürlich nicht der Staat darf Missionsarbeit nicht verbieten ist interessant in dem Kodex der Menschenrechte der UNO eines der Menschenrechte ist eben die Freiheit dass man seinen Glauben bezeugen darf auch öffentlich das heißt also die Menschenrechte die sagen ganz klar Missionsarbeit ist erlaubt aber interessant ist es gibt Kräfte bei uns in der Schweiz die wollen die Christen zum Schweigen bewegen dass in der Öffentlichkeit sich nicht äußern dürfen dass Gideons auf öffentlichem Grund nicht Bibeln abgeben dürften an Schüler und das ist das sind Leute die kämpfen gegen die Menschenrechte das muss man denen ganz klar sagen auch bei den Freidenkern sieht man das die kämpfen gegen die Freiheit des Missionierens aber damit kämpfen sie ganz klar gegen die Menschenrechte müssen sie sich im Klaren sein und so sagen diese beiden Zeugen denn es ist uns unmöglich von dem was wir gesehen und gehört haben nicht zu reden und daran auch in der Sowjetunion die Christen waren loyale Bürger auch gegenüber einem kommunistischen Regime aber wenn es darum ging sie dürfen ihre Kinder nicht im Glauben unterweisen sie dürfen ihren Glauben nicht anderen bezeugen da haben sie sich dagegen gestellt als der Staat gesagt hat ihr dürft keine Bibeln haben da haben sie Bibeln eben trotzdem verbreitet im Untergrund gedruckt Bibeln wurden über die Grenzen geschmuggelt aber da hat der Staat ganz klar seine Linie übertreten und nur in dem Punkt die haben also nicht gesagt also wenn ein Staat sowas fordert dann hat er für uns keine Kompetenz mehr ich weiß so gibt es auch manchmal Kinder da macht ein Vater wirklich etwas falsch in der Erziehung und dann sagt der Sohn dir gehöre ich überhaupt nicht mehr du bist für mich erledigt nein wenn er sich wenn er seine Autorität falsch eingesetzt hat dann hat er das in einem bestimmten Bereich getan aber damit ist er nicht in allen anderen Bereichen als Vater auch erledigt und dann noch Apostelgeschichte 5 29 wieder vor Gericht Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen das ist der Grundsatz aber das ist niemals staatsgefährdend der Christ muss loyal sein gegenüber der Regierung und die Regierung darf wissen die Christen beten auch für die Regierung das wird sogar in 1. Timotheus 2 Vers 1 so eingeführt ich ermahne nun vor allen Dingen dass Gebete bitten flehen getan werden für alle Menschen und dann wird auch gesagt für die die in Hoheit stehen also in der Regierung in Hoheit stehen das gehört sogar zu den Prioritäten und das prägt dann auch die richtige Haltung gegenüber Staat und Land das war bei Daniel also so aber beten nicht mehr beten das geht nicht und er geht gleich und betet er hat das immer so gemacht jetzt macht er es auch weiter und wir haben gelesen er hatte offene Fenster gegen Jerusalem hin warum ja weil Daniel 1. Könige 8 kannte das hatte ja König Salomo schon vor langer Zeit damals bei der Einweihung des Tempels gesagt ich lese aus 1. Könige 8 Vers 46 wenn sie Salomo betet im Blick aufs Volk Israel die Israeliten wenn sie wieder dich sündigen denn da ist kein Mensch der nicht sündigte wir sehen Salomo wusste schon die Wahrheit von Römer 3 23 alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und du über sie erzürnst und sie vor dem Feind dahin gibst und ihre Besieger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes ein fernes oder ein nahes oh das ist ja genau die Situation von Daniel er wurde ja damals im Jahr 606 Daniel 1.1 deportiert durch Nebuchadnezzar in die Gefangenschaft nach Babylon und was steht weiter und sie nehmen es zu Herzen in dem Lande wohin sie gefangen weggeführt sind und kehren um und flehen zu dir in dem Lande der die sie gefangen weggeführt haben und sprechen wir haben gesündigt und haben verkehrt gehandelt wir haben gesetzlos gehandelt und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele in dem Land ihrer Feinde die sie gefangen weggeführt haben und sie beten zu dir nach ihrem Lande hin dass du ihren Väteln gegeben nach der Stadt die du erwählt hast und dem Haus das ich deinem Namen erbaut habe so höre im Himmel der Städte deiner Wohnung ihr Gebet und ihr Flehen und führe ihr Recht aus und vergib deinem Volk was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen womit sie wieder dich übertreten haben und lass sie Barmherzigkeit finden vor denen die sie gefangen weggeführt haben dass sie sich ihr erbarmen denn sie sind dein Volk und dein Erbteil das du herausgeführt hast aus Ägypten mitten aus dem eisernen Schmelzofen und so weiter also das war genau seine Situation und übrigens er hat in diesem Jahr von dem Daniel 6 spricht bereits erlebt wie Gott eben diese Gebete erhört hat König Chores gab damals eben als Darius der Meder als Unterkönig an die Macht kam den Juden die Erlaubnis ihr dürft wieder heimkehren ins Land der Väter Daniel ging nicht zurück es wird uns nicht gesagt warum nun er war sehr alt denn was wir hier haben das ist 67 Jahre nach Daniel 1 wo er weggeführt worden war und jetzt wie alt war er wenn er damals 13 war dann war er jetzt 80 er war ein alter Mann und er hatte offensichtlich einen speziellen missionarischen Auftrag und darum blieb er da aber er betete weiterhin eben nach Osten zum Tempel nach Jerusalem ich lese weiter in Vers 12 da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott da dann nahten sie und sprachen vor dem König betreffs des königlichen Verbotes hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen dass jeder Mann der binnen 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbitten würde außer von dir o König in die Löwengrube geworfen werden sollte der König antwortete und sprach die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser also auch hier wieder Meder und Perser welches unwiderruflich ist hierauf antworteten sie und sprachen vor dem König Daniel einer der weggeführten von Judah achtet nicht auf dich o König noch auf das Verbot welches du hast aufzeichnen lassen sondern er verrichtet dreimal des Tages sein Gebet so jetzt haben sie ihn in der Falle und das alles aus einer gewissen Ehrsucht darum ist er ja auf diese Schmeichelei hereingefallen und jetzt wird es schwierig für ihn habe dazu geschrieben Daniels Gebetsleben führt zur Anklage im Gegensatz zu Babylon konnten Herrscher im Medo-Persischen Reich Gesetze nicht mehr rückgängig machen aber was hier auch klar wird nach 67 Jahren war Daniel immer noch ein Fremdling ja denn sie bezeichnen ihn ja in Vers 14 Daniel einer der Weggeführten von Judah man kann das nicht gerade als Asylant bezeichnen ja denn das war ja unfreiwillig aber mindestens das Wort mit Migrationshintergrund das würde noch passen ja aber ist das nicht wunderbar Daniel hat all die Jahre eben sogar führende Posten eingenommen in der Regierung in Babylon und jetzt auch in Medo-Persien aber trotzdem war immer noch bekannt ist eigentlich ist er ein Fremder und so sollen wir uns da wo wir den Auftrag haben in unserer Arbeit in unseren Verpflichtungen voll einbringen aber die Leute sollten merken eigentlich ist das doch ein Fremder ganz im Sinn von Philippa 3 Vers 20 wo der Apostel Paulus den Philippern etwas sehr interessantes sagt und da hat es sogar noch eine besondere Note man muss nämlich wissen Philippi war eine Stadt die im römischen Reich damals steuerbefreit war das war eine Stadt wo die Römer Veterane der Legion ansiedelten Leute die dachten wir sind ein bisschen etwas besseres und wir wissen der Apostel Paulus hat in Philippi evangelisiert und dann kamen Leute zum Glauben das entstand eine Gemeinde aber es ist schon eine Gefahr wenn man in einer solchen Stadt lebt wo man das Gefühl hat wir sind ein bisschen ganz besondere römische Bürger und man zahlt nicht mal Steuern dann kann man sich umso mehr an sein Haus klammern innerlich genau da sagt er Philippa 3 Vers 20 denn unser Bürgertum ist in den Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heilander warten der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach nach der wirksamen Kraft mit der er vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen also vergesst das ja nicht eigentlich gehört ihr nicht nach Philippi und eigentlich euer römisches Bürgerrecht das ist nicht das eigentliche Bürgerrecht das ist schon von Bedeutung Paulus hat dann bei Gelegenheit sich auch berufen können auf sein römisches Bürgerrecht aber das ist nicht das eigentliche wir müssen daran denken unser Bürgertum ist in den Himmeln und wir sollten eben uns klar sein wir sind gewissermaßen wie 2. Korinther 5 am Schluss sagt wir sind Gesandte für Christus ja was heißt Gesandte Ambassadoren und wie ist das eine Diplomatenfamilie in der Schweiz aus irgendeinem Land hat man das Gefühl wenn man so mit denen spricht das sind richtige Schweizer nein die müssen ja im fremden Land ihr Land vertreten also die amerikanische Botschafter Familie wenn man denen spricht sollte man denken Amerika muss ein ganz schönes Land sein groß und viel Freiheit und einfach etwas schönes und wenn man einen Botschafter hat aus wieder einem ganz anderen Land sollte man wenn man mit denen zu tun hat eben irgendwie wie ein gewisses Fernweh bekommen nach dieser Heimat und so soll das bei uns sein wir sind Gesandte für Christus und das soll bei den Menschen erwecken oh der Himmel muss herrlich sein wenn diese Leute so sind dann muss der Himmel schön sein 1. Petrus 2 Vers 11 Petrus spricht hier zu Juden die damals in der Diaspora lebten in der heutigen Türkei und er sagt Geliebte ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten welche gegen die Seele streiten indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt auf das sie worin sie wieder euch als Übeltäter reden aus den guten Werken die sie anschauen Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen es sei dem König als Oberherrn oder den Stadthaltern als denen die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter aber zum Lob der die Gutes tun denn also ist es der Wille Gottes dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt also hier hier werden diese Juden angesprochen ihr seid Fremdlinge und natürlich die hatten kein römisches Bürgerrecht aber es wird gesagt ihr seid fremd in diesem Land aber führt euch doch so auf dass ihr nicht mit diesem wilden und sündigen Treiben mitmacht in der Gesellschaft die Leute sollen merken ihr seid wirklich fremd aber im besten Sinn des Wortes und sie sollen dann aber auch merken dass ihr gottgemäß lebt und das soll dann ihre üblen Anklagen zum Schweigen bringen und dann sagt er und im Blick auf die Obrigkeit seid loyal sehen wir wie das wieder an Römer 13 aber wir haben noch ein weiteres Argument in Römer 13 haben wir gesehen man kann dem Staat gehorchen wegen der Strafe und wegen des Gewissens und hier wird gesagt wegen des Herrn um des Herrn willen noch ein drittes Argument wer sich das merken will Titus 3 dort haben wir nochmals eine Stelle über die Haltung zur Obrigkeit und dort ist es gehorsam um des Zeugnisses willen noch mal ein Argument dass unser Zeugnis glaubwürdig bleibt also sie sollen sich da unterwerfen was auch noch interessant ist in Vers 13 unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtungen das heißt nicht einfach Einrichtung um des Herrn willen sondern menschliche Einrichtung es ist so es gibt gewisse Einrichtungen im Staat die sind sehr menschlich gerade im Straßenverkehr könnte man manchmal sagen da bin ich jetzt nicht einverstanden dass das 60 sein soll also das haben wirklich fehlbare Menschen haben das da so so verordnet das sind menschliche Einrichtungen aber wir können nicht sagen das gilt nicht weil es so menschlich ist und weil wir es besser wissen ja und wir gehen zurück zu Daniel 6 nun kommt das Problem für Darius seine Reaktion ist interessant jetzt in Vers 15 da wurde der König als er die Sache hörte sehr betrübt und er sann darauf Daniel zu retten und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich ihn zu befreien es ist ein jämmerliches Bild von einem König jetzt habe ich mich verrannt jetzt kann ich mein eigenes Gesetz nicht mehr rückgängig machen ja gut er hätte sich auch überlegen können was kann ich jetzt da machen oder muss ich jetzt in diesem Fall das Gesetz trotzdem brechen weil es gegen das Gesetz Gottes geht auch eine Möglichkeit gewesen aber er schaute nach irgendeiner Möglichkeit wie kann ich Daniel retten aber das funktioniert nicht und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich ihn zu befreien da liefen jene Männer eilig zum König und sprachen zum König wisse o König dass die Meder und Perser nochmals dieser Professor Baumgartner wie konnte er Kapitel 6 lesen wiederholt Meder und Perser ein Gesetz haben dass kein Verbot und keine Verordnung die der König aufgestellt hat abgeändert werden darf dann befahl der König und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube hier habe ich vermerkt zu Vers 17 typisch im Babylonischen Reich das wissen wir heute durch die Forschung war die Verbrennung im Feuerofen das war in Kapitel 3 mit den Freunden Daniels aber typisch im Medo Persischen Reich war die Löwengrube also auch historisch geschichtlich bildet das genau die Situation ab wie es in der Geschichte war und jetzt Vers 17 dann befahl der König und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube der König hob an und sprach zu Daniel dein Gott welchem du ohne Unterlass dienst er möge dich retten also er sieht keine Möglichkeit für sich es hätte sie aber gegeben ja Könige können sehr unter Druck kommen wenn wir wieder daran denken vor kurzem wie das war mit dem König von Belgien und da haben Tausende darauf gewartet dass der König sich weigert und dieses üble Gesetz das eben Selbstmord in gewissen Fällen sogar bei Jugendlichen und nicht nur bei alten Menschen zulässt nicht unterschreibt der Mann hat unterschrieben der war in der Klemme das war ja vor Jahren schon so ein Problem in Belgien im Zusammenhang mit dem Abtreibungsgesetz da kam der König wirklich wieder in Klinsch und er hat dann sich einfach ausgeklinkt für eine kurze Zeit als König und als das üble Gesetz da war hat er sich wieder eingeklinkt es ist nicht einfach König zu sein aber sehen wir dieses Zeugnis über Daniel dein Gott welchem du ohne Unterlass dienst ja wenn die Leute an uns denken was denken sie ja der ist schon ein bisschen ein Christ und ganz besonders so ab und zu in der Woche aber dass sie den Eindruck haben das ist ein Mensch der lebt für Gott er möge dich retten und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit dem Siegelring seiner gewaltigen damit hinsichtlich Daniels nichts verändert würde sehr interessant also das Siegel bedeutet hier es gibt keine Veränderung der Situation in Esther 8 8 dort geht es auch um ein Gesetz das untersiegelt wird mit dem Ring des Königs und dann wird gesagt dass ein solches versiegeltes Gesetz nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und wir haben noch eine interessante Stelle über Siegel in Offenbarung 5 Vers 3 da geht es im Himmel um das Buch mit den sieben Siegeln und es wird gefragt wer ist würdig dieses Buch zu öffnen da wird ganz klar gesagt es gibt niemanden im Himmel und niemanden auf Erden der dieses Siegel öffnen kann denn es sind Siegel Gottes wenn Gott etwas versiegelt hat es gibt niemanden in der ganzen Schöpfung der das öffnen könnte und dann wird aber gesagt weine nicht dass der Löwe aus dem Stamm Judah hat überwunden der Herr Jesus der Sohn Gottes kann das Siegel brechen aber kein Geschöpf kann ein Siegel Gottes öffnen und das ist interessant im Zusammenhang mit Epheser 1 Vers 13 bis 14 dort wird gesagt dass wir als Gläubige mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind und Epheser 4 Vers 30 ergänzt dazu wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung das ist der Tag wenn der Jesus wiederkommt und die Gemeinde zu sich nimmt das Siegel ist also bis zur Wiederkunft und nun bedeutet das es gibt keine Veränderung an unserem Status nicht wahr Epheser 1 13 sagt ganz klar nachdem ihr zum Glauben gekommen seid hat Gott versiegelt mit dem Heiligen Geist also wenn jemand sich echt bekehrt dann ist das Gottes Antwort auf die echte Bekehrung dass er dieses Siegel gibt und das bedeutet keine Veränderung an diesem Status dieser Entscheid ist bestehend kann nicht Rückgänge gemacht werden und kein Geschöpf kann dieses Siegel je wieder öffnen es gibt manche die sagen ja aber du kannst dich wieder los sagen ja gut wer bin ich als Geschöpf der ich einen Siegel Gottes öffnen könnte rein theoretisch und so hat das schon Konsequenzen das drückt aus diese Sicherheit der Wiedergeborenen dass sie bis zum Ziel kommen werden nicht aus eigener Kraft sonst müssten wir Angst haben aber weil Gott uns versiegelt hat von seiner Seite hier ich lese weiter Vers 19 darauf ging der König in sein Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Nebenfrauen zu sich hereinführen Nebenfrauen bedeutet übrigens im Alten Testament nicht dass sie nicht verheiratet waren sondern Nebenfrauen hatten kein Erbrecht wie die Hauptfrauen das war also ein erbrechtlicher Unterschied aber es war Polygamie und das war natürlich gegen Gottes Schöpfungsordnung von Anfang an denn Gott hat im Bund mit Adam einen Mann und eine Frau nicht zwei Frauen zusammengefügt als Ehe ließ keine Nebenfrauen zu sich hereinführen und sein Schlaf floh von ihm dann stand der König bei der Morgenröte sobald es hell wurde auf und ging eilend zu der Löwengrube und als er sich der Grube nahte rief er mit trauriger Stimme nach Daniel der König hob an und sprach zu Daniel Daniel Knecht des lebendigen Gottes hat dein Gott welchen du ohne Unterlass dienst vermocht dich von den Löwen zu retten also wir sehen hier Darius hofft irgendwie doch auf den Gott Daniels also muss man dann noch in die Löwengrube herunterschreien Daniel wenn er eh eh schon gefressen ist aber der hat mit der Möglichkeit gerechnet dass er noch da ist also das zeigt schon etwas man muss ja auch das positive sehen an einem solchen König also wenn ich jetzt ein Anwalt wäre von Darius dann würde ich sagen der hat doch da ein gewisses Gott Vertrauen gehabt aber auch wieder schön wie er wie er von Daniel spricht nicht einfach Daniel sondern Daniel Knecht des lebendigen Gottes der nicht so ist wie die toten Götter hat dein Gott welchem du ohne Unterlass dienst nochmals dieses Zeugnis er dient ohne Unterlass vermocht dich von den Löwen zu retten da sprach Daniel zu dem König oh König lebe ewiglich das war so ein Gruß nicht war lebe ewiglich aber da kann man ja schon etwas reintun in sagten ja auch schon die Leute bei Nebuchadnezar Kapitel 2 oh König lebe ewiglich wenn wir einen solchen Gruß hätten im Deutschen könnte man wirklich ganz bewusst sagen lebe ewiglich und dann hier noch Johannes 3 Vers 16 auf das jeder der an ihn glaubt nicht verloren gehe sondern ewiges Leben habe als gegenwärtiger Besitz es gibt die Möglichkeit ewig zu leben das ist nicht nur so ein Spruch also oh König lebe ewiglich ist ein Wunsch mein Gott hat seinen Engel gesandt auch im Aramäischen bedeutet Engel einfach ein Gesandter hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen dass sie mich nicht verletzt haben weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde und auch vor dir oh König habe ich kein Verbrechen begangen er wurde zwar kriminalisiert aber objektiv hat er kein Verbrechen begangen so jetzt machen wir Pause wir sind stehen geblieben in Daniel 6 wo der König von Daniel aufgeklärt wird Vers 23 oh König lebe ewiglich mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen dass sie mich nicht verletzt haben weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde wer ist dieser Engel von dem gesagt wird sein Engel nicht einen Engel sondern sein Engel wie gesagt das aramäische Wort wie auch im Hebräischen Malach heißt einfach Bote Gesandter im hebräischen Alten Testament wird Malach auch benutzt für Diener eines Königs es wird auch benutzt für Engel die Geister sind die Gott geschaffen hat zu seinem Dienst aber das Wort Malach bezeichnet an manchen Stellen im Alten Testament ganz speziell Gott selbst Yahweh im 1. Mose 16 begegnet der Engel so wird übersetzt des Herrn oder der Bote des Herrn Hagar in der Wüste und gleich in den weiteren Versen wird dieser Bote genannt Yahweh der Ewige das ist der ewige Gott selbst und so ist es auch in Richter 6 11 bis 14 der Engel des Herrn der Zusammenhang macht deutlich das ist nicht einfach ein ein dienstbarer Geist wie die Engel im engeren Sinn sondern es ist Gott selbst und tatsächlich in Sachaier 2 wird wiederholt am Schluss davon gesprochen der Herr Yahweh der Herrschern spricht und er sagt ich komme zu euch und ihr werdet erkennen dass Yahweh der Herrschern mich zu euch gesandt hat das ist erstaunlich dass also der ewige Gott sendet den ewigen Gott und so wird bereits alttestamentlich klar es gibt nur einen Gott aber in der Gottheit ist mehr als eine Person und das neue Testament macht das dann völlig klar dass eben zu unterscheiden ist zwischen dem Vater dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn und dem ewigen Geist und der Sohn wurde ja später in der Heilsgeschichte vom Vater in die Welt gesandt und er wurde ein richtiger Mensch aber schon im alten Testament sehen wir wie der Sohn Gottes immer wieder in einer für den Menschen erträglichen Gestalt erschien und auch hier wieder ist eben dieser Bote des Herrn der Daniel vor den Löwen gerettet hat offensichtlich der Sohn Gottes genau so wie das war bei den drei Freunden im Feuerofen in Kapitel 3 auch dort wird ja gesagt dass Gott seinen Engel seinen Boten gesandt hat und seine Knechte errettet hat und auch dort ist es eine ganz besondere Person denn als Nebuchadnezzar in den Ofen geschaut hatte das ist Kapitel 3 Vers 25 er antwortete und sprach siehe ich sehe vier Männer frei wandeln mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohn der Götter das ist die Beschreibung in seinem heidnischen Vokabular aber dieser der bei ihnen war im Feuer das war auch wieder der ewige Sohn Gottes und so sehen wir auch wieder die Parallele ich habe ja am Anfang erklärt wie Kapitel 3 und 6 sich spiegelt bis in alle bis in feinen Details ist diese Parallele da und dann folgt auch sowohl in Kapitel 3 wie hier in Kapitel 6 etwas ganz Interessantes ich lese jetzt noch Vers 24 da freute sich der König sehr und befahl Daniel aus der Grube herauszuholen und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden weil er auf seinen Gott vertraut hatte also genau gleich wie seine drei Freunde sie wurden durch das Feuer überhaupt nicht versenkt auch nicht im kleinsten übrigens es ist ja auffällig dass damals als die drei Freunde ins Feuer kamen da war Daniel nirgends der Bibeltext sagt uns nicht wie es kam dass Daniel mit diesem Problem nichts zu tun hatte ob er irgendwo unterwegs war als einer der obersten Minister auf jeden Fall war er vor dieser Prüfung damals verschont und jetzt in Kapitel 6 wir lesen nichts mehr von den drei Freunden sind sie zurückgekehrt nach Babel oder sind sie schon verstorben aber Daniel kommt jetzt in eine ähnliche Prüfung und wird auch da treu erfunden wie seine damaligen drei Freunde Vers 25 und der König befahl und man brachte jene Männer welche Daniel angezeigt hatten und man warf sie in die Löwengrube sie ihre Kinder und ihre Frauen und ehe sie noch auf den Boden der Grube gekommen waren bemächtigten sich ihr die Löwen und zermalmten alle ihre Gebeine jetzt macht der König ein Gegengesetz und das Unrecht kommt auf sie zurück aber nicht Daniel hat irgendwelche Rache gefordert das müssen wir ganz klar sehen es kam schrecklich heraus mit diesen Feinden aber Daniel hat das niemandem gewünscht und er stand auch nicht dahinter war nicht irgendwie Motor sondern das ging von diesem König aus dann Vers 26 als dann schrieb der König Darius an alle Völker Völkerschaften und Sprachen welche auf der ganzen Erde wohnten Friede euch in Fülle von mir wird Befehl gegeben dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs bebe und sich fürchte vor dem Gott Daniels denn er ist der lebendige Gott und besteht in Ewigkeit und sein Reich wird nie zerstört werden und seine Herrschaft wehrt bis ans Ende er da rettet und befreit und Zeichen und Wunder tut im Himmel und auf der Erde denn er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet und dieser Daniel hatte Gedeihen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Chores des Persers man muss sich das überlegen in Missions geschichtlicher Hinsicht was das bedeutete dieser Erlass machte also möglich dass mindestens im ganzen Babylonischen Reich als Provinz des Persischen Reiches der Name des Gottes der Bibel bekannt wurde oft denkt man Weltmission das hat erst begonnen mit Pfingsten Apostelgeschichte 2 im Neuen Testament aber dem ist nicht so denken wir an die Geschichte Josefs in Ägypten wie da der Pharao direkt mit dem wahren Gott konfrontiert wurde und dann ganz Ägypten land in dem schließlich Josef als oberster Minister nach dem Pharao sogar das ganze Land organisieren musste im Blick auf Hungersnot zuerst im Blick auf Überfluss und dann auf Hungersnot so wurde in ganz Ägypten Land diesem Land der Götzen wurde der wahre Gott bekannt und später wiederum in der Zeit von Mose als dann die zehn Plagen über Ägypten kamen und es wird ausdrücklich gesagt im Bibeltext dass diese Plagen kamen damit die Ägypter den Herrn erkennen das war ein so klares Zeugnis und Israel zog aus aus Ägypten ging in die Wüste und noch bevor sie nach Jericho kamen war die Botschaft schon längst vorausgeeilt denn als Jericho erobert werden sollte und die Spione nach Jericho gingen und mit der Hure Rahab redeten wurde klar dass die alles wussten was damals in Ägypten geschehen ist also das hat sich auch verbreitet die Botschaft bis nach Kanaan ohne die Israeliten das ging über andere Botendienste bis nach Kanaan auch das gehörte eben zur Mission und jetzt eben hier bei Daniel sehen wir wie der Gott Daniels bekannt wurde im Babylonischen Reich Kapitel 1 bis 5 und jetzt auch im Persischen Reich also das zum Thema Mission im Alten Testament Moment wir sehen Vers 29 sagt zum Schluss dieser Daniel hatte Gedeihen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Chores des Persers hier wird jetzt Chores der Oberkönig erwähnt neben Darius dem Meder und wir haben hier eine Illustration von Psalm 1 Vers 3 es geht ja in Psalm 1 um den Mann der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen nicht steht auf dem Weg der Sünder nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn darüber nachsinnt Tag und Nacht und schließlich wird von ihm gesagt in Vers 3 und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles was er tut gelingt der Herr bekennt sich zu ihm und gibt ihm gelingen in dieser Aufgabe die der Herr ihm gegeben hatte wir kommen zu Kapitel 7 im ersten Jahr Belsazas des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager dann schrieb er den Traum auf die Summe der Sache berichtete ihr hier werden wir zeitlich wieder zurück versetzt in die Zeit von König Belsazar das wäre also etwa 549 vor Christus also klar noch vor dem Ende der Babylonischen Gefangenschaft das mit 539 kam 539 das war der Beginn der Medo-Persischen Weltherrschaft Daniel hob an und sprach ich schaute in meinem Gesicht bei der Nacht und siehe die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer Winde sind in der Bibel immer wieder ein Bild von Geisteswirkungen das wird umso klar wenn man weiß dass das aramäische Wort hier wie das gleichklingende Wort im Hebräischen Ruach bedeutet Wind Geist entspricht übrigens dem griechischen Wort Pneuma im Neuen Testament das auch Wind bedeutet und ebenso Geist der Heilige Geist wird ja als heiliger Pneuma beschrieben aber eben auch falsche Geister können mit Ruach beziehungsweise Pneuma bezeichnet werden und so erklärt es sich auch warum im Neuen Testament zum Beispiel in Epheser 4 Vers 14 falsche Lehren verglichen werden mit Winden die die Unbefestigten hin und her werfen wie Meeresbogen also diese vier Winde die da losbrechen auf das Weltmeer sind ein Bild von all diesen Philosophien Ideologien religiösen Ideen und auch von den verschiedenen Arten von Zeitgeist die aus allen Richtungen auf die Geschichte der Völker einwirken das Meer ist in der Bibel immer wieder ein Bild der Völker Jesaja 17 Vers 12 muss ich nur zitieren und dann ist es schon klar Wehe dem Getümmel vieler Völker wie das Brausen der Meere brausen sie und dem Rauschen von Völkerschaften wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser also im Traum dieses aufgepeitschte Meer ist ein Bild der Völker die ständig in Unruhe sind sozial militärisch wirtschaftlich politisch das kennen wir aus den Tagesmeldungen und nun wird aber erklärt in Vers 3 und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf eines verschieden von dem anderen also hier wird klar gemacht diese Tiere kommen eins nach dem anderen und es ist nicht einfach viermal das gleiche das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel ich schaute bis ein Flügel ausgerissen wurde und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm ein eines Menschenherz gegeben wurde wir werden gleich sehen in den nachfolgenden Versen wird Daniel erklärt was diese Tiere bedeuten und es wird dadurch klar gemacht das sind Bilder für Königreiche für Weltreiche und die kommen also eins nach dem anderen herauf und jetzt sehen wir hier klar die Parallele von diesen vier Tieren zu den vier Teilen der Statue im Traum von Nebuchadnezzar in Kapitel 2 das goldene Haupt haben wir damals gesehen wie es hin auf das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel Brust und Arme von Silber wie es hin auf das nachfolgende Reich so erklärt das auch Daniel ausdrücklich in Daniel 2 das Reich der Medo Perser dann kommt der Bauch und die Hüften aus Bronze das haben wir gesehen wie es hin auf das nächste Weltreich in der Geschichte das war das griechische Weltreich begründet durch Alexander den Großen und dann die Beine und die Füße aus Eisen und unten gemischt Eisen und Ton das weist hin auf das vierte Reich in der Geschichte und zwar das römische Reich aber sehen wir den Unterschied wenn wir Kapitel 2 und 7 parallel sehen in Kapitel 2 werden die Weltreiche dargestellt als eine menschliche Statue und hier als blutrünstige Bestien das sind zwei verschiedene Blicke auf die selbe Geschichte der Völker die menschliche Statue erinnert uns daran dass der Mensch erschaffen worden ist nach 1. Mose 1 Vers 27 im Bild Gottes übrigens nicht eben Bild das ist zu viel Bild Gottes das heißt der Mensch wurde erschaffen um etwas von der Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes sichtbar zu machen hier auf Erden und zwar Gottes Weisheit seine Majestät seine Gerechtigkeit seine Liebe Liebe und so weiter und darum ist es auch so schlimm wenn der Mensch dann in Sünde gefallen ist denn der dieses Geschöpf von dem man einen Rückschluss ziehen sollte auf die Herrlichkeit des Schöpfers ein Sünder geworden würde zum Schluss zum falschen Schluss führen so ist Gott und darum ist eigentlich jede Sünde die wir als Menschen tun ist eine Verunehrung Gottes denn wir sind in Gottes Bild erschaffen dieser Auftrag ist da schöpfungsgemäß Gott eben hier auf dieser Erde etwas von Gottes Herrlichkeit wiederzugeben und darum ist jede Sünde ist ein schreckliches eine schreckliche Verunehrung Gottes wenn der Mensch lügt wenn wir lügen würde es heißen Gott lügt und so sehen wir jede Sünde ist auch eine Sünde nicht nur gegen zum Beispiel gegen den Nächsten es gibt auch Sünde gegen sich selbst nicht wahr indem man sich ein Unrecht antut aber jede Sünde gegen den Nächsten gegen sich selbst ist immer auch eine Sünde gegen Gott und darum sagt auch David nach seinem Ehebruch mit Bathsheba in Psalm 51 gegen dich allein habe ich gesündigt das allein bedeutet nicht er hätte nicht gegen Uriah gesündigt den Mann von Bathsheba auch nicht er hätte nicht gegen Bathsheba gesündigt und gegen sich selbst aber eigentlich letztlich gehen alle Sünden gegen Gott ein ganz wichtiger Unterschied zum Koran und zum Islam im Islam und im Koran wird ausdrücklich und immer wieder gesagt dass Sünde Sünde ist nicht gegen Gott man könne nicht gegen Allah sündigen denn Allah sei so weit entfernt und und von Menschen abgehoben das betreffe ihn nicht und darum ist eben das Sünden verständnis im Islam auch ein ganz anderes sie würden das nie ansehen eben wie wir Sünde ist Sünde gegen Gott wenn sie sagen Sünde ist nicht mal Sünde gegen Allah sondern eben man kann gegen den Nächsten sündigen man kann gegen sich sündigen und das hat sehr große Konsequenzen die Sünde wird nicht erfasst in ihrer tiefsten Schrecklichkeit gut der langen Rede kurzer Sinn die vier Weltreiche werden als eine menschliche Statue dargestellt aber eben es ist nur eine Statue ohne Seele ohne Geist ja gerade das wesentliche Welt und aber es teuert doch an das was die Weltreiche hätten sein sollen sie hätten darstellen sollen durch ihre Regierung wie gerecht Gott ist wie barmherzig Gott ist wie treu Gott ist aber Kapitel 7 zeigt nun wie sie wirklich waren sie waren blutrünstige Bestien und darum durch die ganze Weltgeschichte hindurch zieht sich eine schreckliche Blutspur von Millionen und aber Millionen Toten also die erste das erste Reich der majestätische Löwe und nicht nur das ein Löwe mit Adlersflügel der Adler der Adler an sich ist schon so majestätisch aber hier haben wir beides kombiniert Löwe und Adler stellt da das babylonische Weltreich in der Zeit von 609 bis 539 vor Christus man stellt fest genau 70 Jahre so wie das Jeremia vorausgesagt hatte in Jeremia 25 und 29 aber 539 vor Christus verlor das Reich seine Macht wurde aber nicht vernichtet durch die Medo-Perser sondern erobert der Beamtenapparat wurde übernommen und darum steht hier seine Flügel wurden ausgerissen es wurde von der Erde aufgehoben aber jetzt ist nicht fertig es erscheint er wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und es bekommt ein Menschenherz man muss hier noch wissen das aramäische Wort für Mensch Enash kommt von der Wurzel Anash das heißt Schwachsein also das Wort Enash für Mensch im Aramäischen hat immer den Nebensinn das ist ein Schwacher Hinfälliger und was ist das Herz eines Schwachen ist ein furchtsames Herz und wir wissen selber wie viel Angst und Ängste und Furcht in unserem Leben eine Rolle spielt manchmal wünschte man sich das Herz eines Löwen nicht wahr eben dass keine Furcht kennt und und auf den Feind zugeht aber das bedeutet also aus diesem einst majestätischen absolut regierten Reich wurde eine Provinz die sich selber vor anderen fürchten musste den Menschenherzen aber eben wird nicht vernichtet dann kommt Vers 5 und siehe ein anderes zweites Tier gleich einem Bären und es richtete sich auf einer Seite auf und es hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen und man sprach zu ihm also stehe auf friss viel Fleisch der Bär stellt das Medo-Persische Weltreich dar ab 539 vor Christus es dauerte bis 323 vor Christus das heißt bis zu dem Jahr in dem Alexander der Große das Persische Reich endgültig am Boden vernichtet hatte von diesem Bär der übrigens nicht gerade majestätisch wirkt wenn man Bären beobachtet das ist etwas anderes als wenn man Löwen beobachtet der Löwe der muss fast nichts machen durch seine graziösen Bewegungen der strahlt etwas majestätisches einfach so aus aber ein Bär natürlich es ist nicht so lustig in Kanada wenn man allzu nahe einem sagen wir Schwarzbär das geht noch die sind nicht so aggressiv je heller das fällt desto aggressiver sind die Bären darum können Sie merken das Schlimmste ist wenn man einem Eisbär begegnet das ist das aggressivste was es gibt und dann Braun auch sehr aggressiv Grizzly und so weiter und die Schwarzbären die sind schon ein bisschen lieber aber immer noch sehr gefährlich aber sie wirken in ihren Bewegungen einfach etwas plump und so war das mit dem Medo-Persischen Reich ich meine wenn man diesen Ahasveros diesen steinreichen König sieht im Buch Esther und der gibt einen Befehl raus und dann merkt er oh jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen das ist schon etwas Plumpes und das wird hier eben durch den Bären dargestellt in Daniel 2 eben durch die Wertabnahme von Gold zu Silber aber es wird hier gesagt auf einer Seite richtet sich mehr auf als auf der anderen Seite das weist hin auf das Ungleichgewicht im Medo-Persischen Reich die Oberkönige waren immer Perser keine Meder das muss man jetzt den Kurden nicht unbedingt als erstes unter die Nase streichen aber vielleicht hat man auch zu tun mit Iranern dann kann man ihnen erzählen ja natürlich in der Bibel wird viel über den Iran erzählt über die Vergangenheit Persiens übrigens in Daniel 8 darauf kommen wir dann nächstes Mal am Bibelschulentag dort wird das Perserreich dargestellt als einen Witter 8 Vers 3 und da heißt es er hat zwei Hörner klar wieder zwei Hörner aber es wird gesagt und die zwei Hörner waren hoch und das eine war höher als das andere und das Höhere stieg zuletzt empor es war eben so dass die die Perser zuerst nicht so mächtig waren aber die haben dann die Macht gewonnen über die Meder und dann hatten sie immer die Obermacht darum das Horn kommt später hoch aber dann als es hoch gekommen war blieb es immer höher so waren die Perser immer die Führer ab 539 vor Christus war das so gut jetzt gehen wir weiter ein weiteres Merkmal ist drei Rippen in seinem Maul zwischen den Zähnen und dieses Tier ist sehr gefräßig und es wird ihm auch gesagt friss viel Fleisch und wenn man eine Karte der Weltgeschichte anschaut zum Beispiel im Putzker das war zu meinen Gymnasialzeiten das gehasste Geschichtsbuch das man so nebenbei auch noch dabei haben musste da gibt es ganz tolle Karten und im neuen Putzker sind die noch toller da kann man schauen wie war das Babylonische Reich und dann das Persische Reich wow so ein mehrfaches an Ausdehnung eben von Teilen Afrikas Ägypten über den ganzen Nahen Osten Türkei und bis in Gebiete der ehemals südsovjetischen Republiken bis nach Pakistan über den Indus hinaus nach damals Indien gefressig aber drei Rippen das weist hin dass dieses Reich ausgehend von Persien Iran besonders in drei Himmelsrichtungen gefressen hat nämlich in den Westen in den Osten und in den Norden man sieht jedes Detail hat etwas zu bedeuten und dann kommt Vers 6 nach diesem schaute ich und siehe ein anderes gleich einem Leoparden und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben jetzt kommt das schnellste Tier unter diesen vier Tieren der Leopard aber ein Leopard das würde schon noch gehen ein Leopard mit Flügeln wie schnell ist denn der vier Flügel aber dann doch etwas erstaunlich vier Köpfe man könnte sagen toll hätte man vier Festplatten da über dem Hals aber das ist schon ein Problem ich bin froh für eine Festplatte mehrere Köpfe das ist einfach ein Problem übrigens das sieht man auch in Ehen wenn beide das Haupt sind das kommt nicht gut ja also vier Köpfe und nun das weist hin auf das griechische Weltreich Alexander der Große ein junger Mann von Griechenland ausgehend also von Europa eroberte mit 10.000 Soldaten 20-jährig mit 10.000 Soldaten innerhalb von 13 Jahren das ganze Persische Reich bis über den Indus hinaus sagenhaftes Tempo der Leopard mit vier Flügeln und das war also von 336 bis 323 vor Christus es gibt eine Anekdote die stimmt nicht aber sie drückt ein bisschen aus was da geschehen ist Alexander hätte nach 13 Jahren geweint schrecklich geweint weil es nichts mehr gab zu erobern er hatte quasi das was man früher verstand unter der ganzen Welt erobert auf drei Kontinenten Europa Teile von Afrika und große Teile von Asien ja und dann starb der Mann 33-jährig in Babylon als er den Turm von Babel wieder aufbauen lassen wollte möglicherweise an Malaria ist er gestorben und er hatte keine Kinder die hätten Nachfolger werden können er hatte Kinder aber nicht solche die genügend alt gewesen wären und Nachfolger hätten antreten können und so kam es zu schrecklichen Bürgerkriegen das haben wir in der Geschichte gelernt als die sogenannten Diadochen Kriege da kommt das plötzlich wieder war so langweilig damals vielleicht wenn man die Bibel liest ist es so spannend das gehört alles zur biblischen Geschichte und die haben sich gestritten Generäle von Alexander und am Schluss nach diesen jahrelangen Kriegen zerfiel das Riesenreich auseinander in hauptsächlich vier große Blöcke und das sind eben diese vier Köpfe alles hat etwas zu bedeuten die vier Teile sind diese ich habe das aufgeführt das Reich des Ptolemäus in Ägypten das Reich des Seleukus das war das syrische Reich von heute Syrien Libanon bis nach Pakistan über türkische Gebiete und Usbekistan Turkmenistan Tatschikistan Afghanistan das hörte alles dazu das war Syrien dann das Reich des Kassander und das Reich des Lysimachus jetzt kommt Vers 7 nach diesem schaute ich in Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier schrecklich und furchtbar und sehr stark und es hatte große eiserne Zähne interessant und das vierte Reich in Daniel 2 das waren die Beine aus Eisen das römische Reich es hatte große eiserne Zähne es fraß und zermalmte und was übrig blieb zertrat es mit seinen Füßen und es war verschieden von allen Tieren die vor ihm gewesen und es hatte zehn Hörner das ist also das römische Reich und es beschreibt diese unglaubliche Kraft der römischen Legionen das war die Basis des römischen Reiches die Legionen die ein Volk nach dem anderen vernächteten oder sich unterwarfen aber es ist so das vierte dieses vierte Reich das begann ja schon lange in der Geschichte wir haben im Lateinunterricht gelernt sieben fünf drei Rom schlüpft aus dem Ei aber wir haben auch gelernt dass das Datum jedenfalls historisch falsch ist aber was schon mal richtig ist es begann mit dem römischen Reich in Italien die Ursprünge gehen Jahrhunderte vor Christi Geburt zurück und es war ein langsamer Prozess eines Reiches das immer wichtiger wurde aber man kann sagen mit der Schlacht von Aktium 31 vor Christus da war Rom schließlich unangefochtene Macht Nummer eins und gleich darauf begann ja die Kaiserherrschaft der erste Kaiser von Rom war Octavian der sich dann den Ehrennamen Augustus gab der Erhabene ja da sind wir übrigens schon in der Weihnachtsgeschichte Lukas 2 es begab sich aber dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus den ganzen Erdkreis das römische Reich heißt das einzuschreiben und wie der Herr Jesus dann geboren wurde in dieser Zeit übrigens wenn ich irgendwo in einem Land in der Welt einen Dienst tue dann versuche ich immer so ein bisschen einen Bezug von diesem Land zur Bibel zu machen und ich war ja nach dem Sturz der Sowjetunion 1991 immer wieder in Tadschikistan das sind Leute die die gehören zu persischen Kultur das persische ist eben nicht nur in Iran sondern Dari in Afghanistan das ist auch persisch ein Farsi Dialekt und Tadschikisch in Tadschikistan das ist auch ein persischer Dialekt die verstehen einander das ist alles persische Kultur und dann versuche ich natürlich bei den Tadschiken eben den Bezug zur Bibel zu machen und ihnen zu zeigen wie oft sie oder wie wichtig sie auch in der Bibel sind und ich habe einmal über die Magier aus dem Morgenland gesprochen Matthäus 2 und habe erklärt das Wort Magier im griechischen Text Magoi ist ein persisches Wort das waren also Sternengucker Astronomen aus Persien dem Morgenland die gekommen sind und den König der Welt gesucht haben in Jerusalem nach ihm gefragt haben ihn schließlich gefunden haben in Bethlehem während die Leute vor Ort die haben das alles verschlafen haben auch den Stern verschlafen nachts aber Hand aufs Herz wer hat letzte Nacht zum Himmel hoch geschaut und die Sterne beobachtet so schnell verschläft man was da oben geschieht also es ist so macht man den Bezug und wie kann man das machen mit den Helvetien es braucht ein bisschen mehr Umwege aber man kann das so machen die alten Helvetier die alten Schweizer die wollten einmal nicht mehr in der Schweiz wohnen die wollten nicht Ferien machen in Frankreich aber die wollten dorthin wohnen gehen haben ihre Hütten abgebrannt in der Schweiz in Helvetia und dann sind die losgezogen nach Frankreich aber zu den Galliern aber Julius Cäsar dem gefiel es gar nicht und er ist ihnen entgegengetreten und es hat zur Schlacht bei Biprakte geführt er hat die Helvetia geschlagen die mussten heimkehren nach Helvetia und ihre verbrannten Hütten wieder aufbauen und dieser Feind der Schweizer aus der EU das war natürlich aus Italien Julius Cäsar das war der Vater von Octavian das heißt ich muss sagen der Adoptivvater er hatte diesen kleinen Octavian adoptiert und der wurde dann der erste Kaiser Augustus und so haben wir doch einen Bezug zu Kaiser Augustus und Weihnachtsgeschichte über Julius Cäsar und der Schlacht bei Biprakte und unseren abgebrannten Schweizer Hütten und so weiter ein bisschen weniger direkt als bei den Tatschiken aber es geht auch man kann immer einen Bezug machen sogar bei den Thailändern habe ich einen Bezug gemacht und habe dann auf die Stellen hingewiesen in der Bibel die sprechen von den Enden der Erde habe erklärt damit meint die Bibel die Teile des Festlandes auf Erden die am weitesten von Jerusalem entfernt sind also da seht ihr euch wieder und es gibt eine ganze Reihe von Stellen die sprechen über die Enden der Erde das gleiche habe ich den Kolumbianern auch gesagt die sind einfach auf der anderen Seite wieder am Ende der Welt aber der Bezug ist eh da nun eben das war zu Kaiser Augustus und dann lesen wir aber hier von zehn Hörnern was hat das zu bedeuten und in Vers 8 steht während ich auf die Hörner acht gab siehe da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen und siehe an diesem Horn waren Augen wie Menschen Augen und ein Mund der große Dinge redete ich schaute bis Drohne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle sein Thron Feuerflammen dessen Räder ein lodendes Feuer ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus tausendmal tausende dienten ihm und zehntausendmal zehntausende standen vor ihm das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte welche das Horn redete ich schaute ich schaute ich schaute bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde und was die übrigen Tiere betrifft ihre Herrschaft wurde weggenommen aber Verlängerung des Lebens wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde hier wird gesagt schließlich wird das römische Reich völlig vernichtet werden im Gegensatz zu den anderen Reichen die weiter existierten Babylon wurde erobert aber Babylonien gab es weiterhin einfach als Provinz Mediopersien fiel aber das Gebiet existierte weiter als griechisches Reich das griechische Reich fiel aber es existierte doch weiter und es gibt Griechenland bis heute Finanzprobleme aber sie sind immer noch da aber hier wie gesagt von dem vierten Tier es wird vernichtet werden fragen wir uns bezieht sich das auf den Untergang von Westrom 476 nach Christus als die Barbaren das auflösten und überrannten nein da war ja nicht fertig das Oströmische Reich ging weiter bis 1453 und dann haben die Türken das Oströmische Reich zum Zusammenbruch geführt aber auch dann war nicht fertig denn der Westen hatte sich ja wieder retablieren können ab 800 da war Kaiser Karl der Große und er hat wieder größere Gebiete beherrschen können als das Heiligrömische Reich und das setzte sich fort über die Otonen später nannte man das das Heiligrömische Reich deutscher Nation große Teile von Europa wurden dadurch zusammengehalten es hieß deutsche Nation aus dem Grund weil die Kaiser immer Deutsche waren aber es war viel größer als Deutschland große Teile von Europa konnten da beherrscht werden aber die deutschen Kaiser die wurden immer eingesetzt vom Papst in Rom wohlwissentlich und dann 1806 da hat Kaiser Franz ich war noch kurz vorher hatte Haydn das Emperor Quartett komponiert da kommt diese Melodie der österreichischen Landeshymne vor das ist ja ein Gebet für Kaiser Franz Josef und dass sein Reich bestehen sollte das war so nachgebildet nach God Save the Queen in England Möge ein langes Leben haben von Gott geschützt werden Gott schütze den Kaiser aber 1806 hat Kaiser Franz Josef die Krone des Römischen Reiches abgelegt aber zwei Jahre vorher 1804 hatte Napoleon seine schrecklichen Feldzüge gemacht über ganz Europa hinweg bis nach Russland und es war für ihn klar das Römische Reich soll unter meiner Herrschaft weiter bestehen das sah so aus eine Zeit lang und dann kam die Völkerschlacht von Leipzig 1813 und der Zuschauer wusste jetzt ist fertig und es ging nicht mehr lang das französische Parlament hat Napoleon zum Abdanken befohlen und dann war das Römische Reich vorbei es gab wirklich kein Römisches Reich mehr ja ist das das hier aber hier wird gesprochen von dem alten an Tagen Gott kommt als Richter in diese Welt das ist auch nicht 1806 auch nicht 1814 15 mit Napoleon was ist denn das nun wir müssen die ganze Bibel lesen darum sagt uns Petrus in 2. Petrus 1 am Schluss sie sollen vor allem dieses wissen dass keine Prophetie von eigener Auslegung ist das heißt kein einzelner prophetischer Abschnitt in der Bibel ist für sich dastehend selbsterklärend manches kann man direkt aus dem Text selbst erklären aber nicht nicht alles wir brauchen ein Bibelwort um das andere aufzuhellen wir brauchen die ganze Bibel und darum muss man beim Bibellesen eben ständig hin und her gehen von 1. Mose bis Offenbarung und wieder zurück und nur so versteht man die Bibel immer besser und in Offenbarung 17 Johannes sah das vierte Tier von Daniel noch einmal dieses Tier mit den zehn Hörnern das sah er zur Zeit des Römischen Reiches 95 nach Christus das war die Zeit von Kaiser Domitian jetzt lese ich aus Offenbarung 17 Vers 8 das Tier welches du sahst war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen hier wird erklärt dass das was in Daniel so global als dieses eine Tier beschrieben wird bis hin zum Endgericht dieses Reich hat drei Phasen a das Tier war b das Tier ist nicht c das Tier wird aus dem Abgrund heraufsteigen hier finden wir die drei Stufen der Grammatik Zeitstufen der Grammatik Vergangenheit Gegenwart Zukunft das wird hier absolut vorgestellt warum Gott wird in der Offenbarung Offenbarung 4 Vers 8 am Schluss genannt Herr Gott Allmächtiger der da war und der da ist und der da kommt das ist eine Umschreibung des hebräischen Gottes Namens Yahweh das heißt der Ewigseiende der Unwandelbare der da war der ist der kommt und nun das römische Reich das sehen wir schon in der alten Geschichte war ein Reich das sich selbst vergötterte die römischen Kaiser ließen sich verehren als Götter und dieses sich selbst vergötternde Reich wird hier ganz ironisch beschrieben das Tier war oh das klingt ja wie bei dem wahren Gott Herr Gott Allmächtiger der da war aber dann geht's weiter nicht ist oh was ist das für ein Gott der plötzlich aufhört zu existieren Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott hört nie auf Gott zu sein darum ganz wichtig als der Herr Jesus Mensch geworden war hörte er nie der allmächtige Gott zu sein auf er hörte nie auf der ewige Gott zu sein aber er wurde ein wirklicher Mensch als Mensch war er nicht allgegenwärtig aber er war Gott und Mensch in einer Person und er ist als Mensch in den Himmel zurückgekehrt er hat nie aufgehört Mensch zu sein aber er hat auch nie aufgehört Gott zu sein das ist ganz wichtig und jetzt hier wird gesagt es war ist nicht ja eben ab 1814-15 war fertig mit dem Römischen Reich da kam die Zeit des Nationalismus in Europa jeder war stolz ich bin ein Schweizer ich bin ein Franzose ich bin ein Deutscher ich bin ein Italiener ich bin Brite und so weiter das war auch die Zeit in der Kunst man sehe eben das das lokale die lokale Tradition gefördert da hat einer ungarische Tänze komponiert nicht wahr und ein anderer Sarasate hat seine wunderbaren Zigeunerweisen komponiert so schön ja übrigens im langsamen Satz hat er ein Zigeunerlied genommen das ist ein Liebeslied ich liebe dieses Lied und das wissen die meisten nicht wenn sie so irgendeine Virtuosen die Zigeunerweisen spielen hören das heißt nämlich auf deutsch übersetzt dieses ungarische Lied nur ein Mädchen gibt es auf der Welt das mein Herz gefangen hält gut hat es der Herr mit mir gemeint als er unsere Herzen hat vereint wunderbar aber eben man war stolz ich bin ich bin Zigeuner da muss man nicht sagen ich bin Sinti das war eine Identität und eben dann hat Liszt hat ungarische Rhapsodie geschrieben also jeder war so ein bisschen stolz auf seine Besonderheit aber das war auch gefährlich dieser Nationalismus Nationalismus ist nichts Schlechtes wenn man Freude hat an diesen etwa 38 Viertausenden in der Schweiz ist man kein kein Nazi auch wenn man sich überlegt und in Europa gibt es etwa 75 Viertausender aber ein rechter Teil ist in der kleinen Schweiz gut wobei man ja wissen muss die Schweiz ist gar nicht so klein würde man sie auseinander legen ja dann wäre die Schweiz so groß wie die Bundesrepublik Deutschland aber diesen Platz gibt es nicht den braucht die EU also aber eben Freude am Vaterland Dankbarkeit für die Vergangenheit die Kultur das ist etwas Gutes erst wenn man die anderen verachtet dann ist es etwas Böses darum hat aber Nationalismus eine Gefahr denn das kann durch das böse Herz des Menschen schnell dazu kommen dass man den anderen verachtet und sich besser fühlt als die andere Kultur und so war das in Europa Europa wurde immer mehr gespalten innerlich bis der Ausbruch kam 1914 der erste Weltkrieg es brauchte nur einen Thronfolgemord und dann war der schrecklichste Krieg der Weltgeschichte Realität mit 18 Millionen Toten und das war nicht fertig der zweite war die Fortsetzung mit 70 Millionen Toten 50 bis 70 Millionen Toten und am Ende 1945 als im Frühjahr die Glocken läuteten auch hier in der Schweiz dann war Europa am Boden zerstört und dann kam Vincent Churchill nach Zürich und hat diese berühmte Rede an der Uni gehalten let Europe arise lasst Europa aufstehen wir müssen eine Art Vereinigten Staaten von Europa schaffen der Weg dahin ist nicht schwer es braucht nicht mehr als das drei oder vierhundert Millionen Bürger Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten und man hat verstanden 1957 wurden die römischen Verträge geschlossen notabene in Rom und da haben sich einige Nationen zusammengerückt das waren damals sechs und die Entwicklung wir haben jetzt nicht mehr die Zeit um die Jahrzehnte im Detail durchzugehen es ging weiter über eine EWG europäische Wirtschaftsgemeinschaft hin zu einer europäischen Gemeinschaft bitte nicht nur Wirtschaft wir haben auch noch einige andere Dinge gemeinsam bis hin zu einer europäischen Union Einheit ist noch mehr als eine Vereinigung ist mehr als nur Gemeinschaft und jetzt haben wir ein Riesenschiff mit 27 Nationen und Bedürfnisse noch weiter zu gehen vor allem nach Osten ja gegen den Riesen Russland und auch noch Ukraine streitig machen ja wem gehört das ja das wäre wieder ein Geschichtsthema für sich wem gehört die Krim aber man sieht da etwas das will sich so ausdehnen was ist das nun das haben uns die Europa Vordenker schon längst erklärt Emil Lust sagt in den 1950er Jahren Europa die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen sondern lediglich wieder herzustellen und einer unserer ehemaligen Staatssekretäre Dr. Franz Blancart sagte als Europa-Befürworter das gibt es ja auch in der Schweiz ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden also es ist ganz klar was hier aufgebaut wird und dann lesen wir aber in Offenbarung 17 Vers 8 das Tier war ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen Oh Abgrund griechisch Abyssos ist das Wort das in Römer 10 das Totenreich bezeichnet und tatsächlich das neue Europa das neue römische Reich in seiner dritten Phase kam wirklich aus dem schrecklichsten Krieg mit 50 bis 70 Millionen Toten aus dem Abgrund hervor Let Europe arise 1946 Oh was kommt da aus dem Abgrund heraufsteigen wir sehen diesen ganzen Prozess ich habe das einige Jahrzehnte jetzt beobachten können wie das immer weiter ging weiter ging und jetzt heute wo geht das weiter Oh das steht hier wird aus dem Abgrund heraufsteigen das entspricht ja wie der da war der da ist und der da kommt wird heraufsteigen und ins Verderben gehen ah und dann kommt Jesus Christus wieder und das wird hier dargestellt in dem eben diese 10 Hörner erwähnt werden das kleine Horn das da empor steigt und das ist dann die Zeit wenn Gott Eingriff greift als Richter der Welt und dieses Reich wird untergehen wird vernichtet werden und es wird nicht so sein dass dann seine Herrschaft noch verlängert wird das ist der Untergang des Abendlandes den haben wir da vor uns und wir erfahren jetzt noch viel viel mehr in den weiteren Versen das sparen wir uns auf für nächstes Mal im Detail und dann gehen wir auch durch all diese Verse über die man oft nicht so viel hört über die vier Tiere hört man noch schnell mal was aber dann kommen einige schwierige Verse nachher wir wollen da nichts auslassen aber es wird uns helfen unsere Zeit zu verstehen und richtig einzuordnen aber was wollen wir noch mitnehmen zum Schluss dieses Europa in dem wir leben ist wirklich dem Untergang geweiht und haben wir eine Antwort warum ja natürlich es ist eine Kultur die hat das Evangelium gehört während Jahrhunderten um nicht zu sagen zwei Jahrtausende lang wie keine andere Kultur und heute sind wir in einer Zeit wo die Masse das offen verwirft bis hin dazu dass man es verspottet und man ist nicht nur bereit einfach alle christlichen Werte aufzugeben sondern ist bereit sogar die natürlichen Werte das was der Mensch von Natur aus kennt wie die unvernünftigen Tiere sich darin zu verderben indem man sogar so weit geht Mann und Frau diese Zuordnung ist eigentlich etwas Künstliches Künstliches das wollen wir aufbrechen das ist wirklich das Ende was man sich an Abfall vorstellen kann wenn nicht nur der Abfall von der Bibel sondern sogar der Abfall von dem was der Heide weiß jeder Heide im Urwald weiß das ist ein Mann und das ist eine Frau und wenn man heiratet die wissen über dass man heiratet wer hat ihnen das gesagt dann heiratet ein Mann eine Frau die wissen das alles aber Europa ist so weit die wissen nicht mal wer wen heiraten muss und darum verstehen wir warum hier geschrieben wird dass dieses Tier schließlich vernichtet wird und Gott der Alte an Tagen das ist der Ewige das letzte Wort über die Welt sprechen wird ja bis dahin für heute wir wollen noch zusammen beten Herr Jesus wir danken dir dass wir dein Wort haben das uns den Weg erleuchtet und uns zeigt wie du über diese Welt denkst aber auch über unsere Gesellschaft über unser Land aber auch über unsere Arbeit über unsere Familie über unsere Ehe und Herr Jesus auch über unsere Gemeinden danke dass wir aus deinem Wort lernen dürfen um dadurch ermutigt zu werden diese letzte Wegstrecke bis du kommst um das letzte Wort in dieser Welt zu sprechen zu erleben Herr Jesus hilf uns dass wir die Letzten noch zu dir rufen dürfen und dass sich doch so viele wie möglich noch herausrufen lassen aus dieser Kultur die dem Gericht geweiht ist Amen zu hören zu hören bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.